Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! Hey! Ist das an? Ja! Ich find's ja toll, dass wir jetzt hier nicht immer lachen müssen. Ja. Durch den Grund haben auch mal ein paar persönlich relevante Dinge, sag ich mal, zu erörtern und ich weiß... Gott, ich hab mich einfach nur aufschrauben. Kam das aus deiner Hose, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es für viele schwierig ist, auch wenn sie jetzt ablenken, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ich meine jetzt wirklich einen Partner für eine Beziehung. Ich meine jetzt nicht einfach so bloß höck höck, so im Unterholz, das gibt's auch. Das ist auch völlig legitim. Platonisch hab ich schon. Platonisch? Ja, hab ich schon einen. Ach so, das ist ja eher animalisch. Ja, auch. Es gibt ja da unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn der Mann, sag ich mal, jetzt einfach so mal eben möchte, dann ist er ja bei der Wahl seiner Partnerin relativ zügellos. Der Mann sagte dann, na ja, ne Frau, hauptsache zappelt und ist warm. Eine Beziehung, wie der Name schon sagt, das zieht sich. Geiles Gesicht. Ganz stark, Häse. Da, da geht's ja, das geht ja oft. So eine Ehe, ne? Das geht ja oft Monate. Und da ist es eben wichtig, also, wenn ich in den Hafen der Ehe einsegeln will, dann brauch ich keine aufgetagelte Fregatte. Ja? Sondern, sondern einen wetterfesten Lastkahn. So. Und ich habe für mich das Glück, dass ich in einer sehr glücklichen Beziehung lebe. Ich habe eine ganz tolle Frau, die ich sehr liebe. Und ich bin vielleicht auch deshalb jetzt fremd gegangen. Sie hat dann wirklich in der Situation falsch reagiert. Das muss ich sagen. Und deshalb bin ich im Prinzip bei meiner neuen Freundin geblieben, bei Pamela. Und um ihr zu zeigen, dass ich sie eigentlich ja schon genauso liebe, auch wie meine Frau, fast sogar ein Stück wäre. Müsste man ausrechnen. Äh, habe ich für sie einen Song geschrieben. Äh, ein Soul-Song. Also kein klassischer Soul, das ist wirklich Sachsen-Soul. Und es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützen könntet, wenn wir das gemeinsam... Machen wir! Machen wir! Machen wir! Machen wir! Machen wir! Hey! 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 Huu! Das riecht es in Englisch? Bei Fragen könnte ich es Euch auch übersetzen. Keine Fragen! Hey, girl! Hey, girl! I'll ask you, could I have a train? Could I have a what? Train of your joint, also ein Zug des... Move, move! But at our first situation We have problems with translation But now it's better, let's sing together Pamela, Pamela lalalala Pamela, Pamela lalalala Pamela, Pamela lalalala Pamela lalalala Das ist so bekloppt, wirklich Pamela lala 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 lala Pamela lala lala Pamela lala lala lala